Hallo Leute! In diesem Video geht es um deutsche Begriffe, die im Ausland etwas ganz anderes bedeuten. Wenn du also viel auf Reisen bist oder einen internationalen Freundeskreis hast, solltest du jetzt genau zuhören. Und wenn du noch mehr unterhaltsame Videos sehen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Nummer 1. Prost. Der deutsche Trinkspruch Prost, den man sich beim Anstoßen zuruft, sollte man lieber keinen Rumänen wünschen. Denn Prost heißt auf Rumänisch dumm. Nummer 2. Kalt. Wir bleiben gleich beim Rumänischen und machen weiter mit dem Wörtchen Kalt. Viele Rumänen kommen immer wieder durcheinander, wenn man sie fragt, ob ihnen kalt ist. Denn auf Rumänisch bedeutet Kalt genau das Gegenteil wie im Deutschen, nämlich Warn. Nummer 3. Klarkommen. Falls du mal in Holland unterwegs bist, solltest du es vermeiden, den Satz Ich muss jetzt erstmal klarkommen zu verwenden. Denn klarkommen heißt auf Niederländisch nichts anderes, als einen Orgasmus zu haben. Nummer 4. Banane. Auch in der türkischen Sprache gibt es viele deutsche Begriffe, die etwas komplett anderes bedeuten. Zum Beispiel die Banane oder auf Türkisch Banane. Wenn du das in der Türkei sagst, wird dir niemand eine Banane bringen. Denn es bedeutet so viel wie, ist mir doch egal. Nummer 5. Bock. Wir bleiben direkt beim Türkischen und dem deutschen Wörtchen Bock. Es dient als Vorsilbe für die Bockwurst, wird für diverse männliche Tiere verwendet oder heißt einfach nur auf etwas Lust haben. Doch auf Türkisch ist es ein sehr negatives Wort, denn es heißt nichts anderes als Scheiße. Nummer 6. Ne. Im Deutschen hat Ne die gleiche Bedeutung wie Nein. Doch anders sieht es in Griechenland und Korea aus. Dort heißt Ne nämlich Ja. Nummer 7. Svenja. Der Name Svenja kommt ursprünglich aus Skandinavien und ist die weibliche Version von Sven. Doch in Russland könnte er ein Gelächter auslösen. Denn das Wort Svenja bedeutet auf Russisch Schwein. Nummer 8. Mut. Viel Mut zu haben, gilt hierzulande als hervorragende Eigenschaft. Doch in Albanien möchte sicherlich niemand viel Mut haben. Denn Mut heißt auf Albanisch nichts anderes als Kacke. Nummer 9. Cola. Wer in Deutschland eine Cola verlangt, bekommt eines der beliebtesten Erfrischungsgetränke der Welt. Doch die solltest du lieber nicht in Spanien bestellen. Denn dort heißt das Wort Cola nichts anderes als Schwanz. Das Getränk, was wir hierzulande als Cola bezeichnen, wird in Spanien einfach nur Coca genannt. Nummer 10. Vater. Lustig könnte es werden, wenn du in einem englischsprachigen Land von deinem Vater redest. Denn was für uns eindeutig ein Elternteil ist, hört sich für einen Engländer wie Vater, also Furza, an. Das waren 10 deutsche Begriffe, die im Ausland etwas ganz anderes bedeuten. Kennst du noch einen Begriff, der in einer fremden Sprache etwas vollkommen anderes darstellt? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du keine spannenden Videos mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.